Wir versuchen, die alte Truppe wieder zusammenzubringen. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Eure Fans lieben euch immer noch. Die Welt hat euch nicht vergessen. Es ist fast unmöglich, aber wir müssen es versuchen. Jetzt tanzen alle Puppen. Macht auf der Bühne Licht. Macht Musik, bis der Schuppen wackelt und zusammenbricht. Kommt schon weiter! Auf geht's! Wow! Unglaublich, dass wir alle wieder zusammen sind. Ja! Entschuldigung, ich bin mega aufgeregt. Bei den Puppets ging es immer um künstlerische Seriosität, nicht um billige Tricks. Seht mal! Furz-Schuhe! Wenn du mich fragst, könnte das ein sehr kurzer Film werden. Oh, guck mal, was ist das da drüben? Boopo! Au! Wirf mich rüber. Ich glaube, das ist dein Elektrozaun. Na los, hol ihn! Das ist dein Elektrozaun? Ja. Vielleicht muss man gar nicht von der ganzen Welt geliebt werden. Vielleicht reicht es, wenn das nur einer tut. Oh, Kami. Kami, Kami, Kami! Mir egal, was alle sagen. Ich glaube an dich. Und dich! Und dich! Du bist du ein Südl-Handel. Ich bin ein Plan. Ich bin ein comforter. Und dich! Und dich? Hyla! Und dich? Und dich? Meinst du, wir hätten ein größeres Auto mieten sollen? Es gibt nichts Besseres als einen Muppet-Film. Jason Segel, Amy Adams, Kermit der Frosch und Miss Piggy. Au, das tat wie. Die Muppets.